Spitze Hack Nehmen wir noch mal kurz die Portricum Heuchli wieder Oder Brauch, weiß ich gar nicht, brauche ich die Normalerweise erstmal nicht Egal, muss ich das Item ist unterwegs, was ich brauche Ok, er geht schon rüber, das ist super Das heißt, es ist auf jeden Fall hoffentlich verbunden Jetzt kann ich Ah, jetzt wird mein Saufen weggenommen Jetzt könnte ich normalerweise Stromkabel Läufe so umgehen, ok, haben wir Letztone habe ich nicht Fluid läuft nur da unten rein Und Items laufen nur Bis da unten rein Ja gut, dass er so die Verbindung geht, liegt daran Ähm, ich kann nicht daran wollen Nicht das denn Doch, liegt daran, weil das so eine Ecke ist Das sieht man glaube ich auch Ah, hier sieht man es jetzt gar nicht so gut Man sieht es hier oben Wenn man hier so geht, dass sie das wechseln Warum auch immer Die es tun, ich weiß es nicht Und das ist wieder das, alle im Modus sind Ok Äh, der Ja, haut uns Mob Essence raus Die wir natürlich jetzt abkapseln müssen Von dem was er hat Das heißt, ähm Ich werde die Mob Essence Über den Tesseract laufen lassen Das ist ein Tänischer Ah, ich stehen lassen könnte Aufs Dach packen könnte Ich lass den mal auf dem Dach Ich pack den mal über die Fackel, da hab ich Da hab ich nur ne Ender-Ding Ja, das ist egal Hier muss ich ja nicht mehr drauf Ähm, der versorgt sich über Diese eine Pendel, was vollkommen reicht Mit den ganzen anderen Maschinen Schauen wir mal, gucken Hat der Extreme Stromverlust Nein, das ist auch ein Das ist Tier 3 So Ok Der Tesseract Kommt da hin Den hab ich sogar Ich hab glaube ich sogar einen bei mir Schreiben wir eine neue Frequenz für den Und packen wir rein Dann machen wir Äh, was hat denn Emerald für Emerald-Fahrer Glaub ich 133 Ja Dann machen wir Äh 200 Damit wir das wissen Machen wir da Äh Tower Flüssigkeiten Die Tool hinzufügen Dann nehmen wir den Ins Fokus Der soll senden Erstmal nur Senden Flüssigkeiten Das war's Mehr soll er nicht machen Erstmal nur Flüssigkeiten Senden Senden Das heißt er macht Insert Und dann haben wir's Schauen wir mal Vielleicht ein gutes Stündchen Aber ich muss einmal zurück Ich würde so ein Ding schon machen So ein Filter Damit ich das nachher nicht Oder gleich nicht einstellen muss Weiß sowieso Glaub ich ein paar mehr Ich glaub die ersten sogar Basics Ja hier die 3 Ja hier die 3 Und den noch Ich bräuchte Craft Ein Craft Da brauche ich definitiv Äh Craft Ein Craft Da haben wir Jetzt glaube ich für das Ding Mh Mh Bin ich mir grad überlegen Musste ich bei den Bei der Biomasse Was unten reinpacken Damit der richtig läuft Biomasse Kompost Kompost Oder Mulch Mulch Kompass Fertilizer Ich muss grad gucken Das hier Das ist dann eine Option Ich glaube das ist das einzige Was wir haben Weil ich Bambus und Also Bambus Hauptsächlich reinpacken will Kompost Durch Erde Das ist natürlich auch geil Wir könnten noch ein Craft Da bauen Mh Ich glaub ich mach Ah Zwei Dinger davon Ah Craft Ich glaub wir müssen auch noch ein paar mehr erstellen Das bräuchte Ah mein Gott da bräuchte Okay die hab ich nicht Hab ich denn allgemein Ich hätte sogar Ich hab sogar noch ein Ding Eins Okay Das ist Äh Das ist natürlich geil Der wurde schon Eingestellt ne Der ist konfiguriert Ja Deswegen ist er Sowohl das sieht man ja auch Die sind konfiguriert Und die nicht Äh Dann haben wir die Ah ich wollte die Diebstowage wollte ich noch brauchen Stimmt ja Ähh Dieb 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 da Die Dark wollen wir nicht gucken. Was können wir hier... Okay, Plastik-Shades haben wir. Dann gehen wir mal von dem Ding aus. Machen wir erstmal zwei. Ich habe nämlich kein Hard-O-Net mehr, sehe ich gerade. Okay, wir müssen Hard-O-Net machen. Das heißt, wir brauchen Obsidian in Pulverform. Das haben wir natürlich nicht. Muss ich mal ein bisschen mitnehmen und schon mal arbeiten lassen. Das heißt, jetzt sind wir die hin- und herlaufen. Ist halt ein bisschen blöd. Ich will das mit Interfaces machen. Oder zumindest die Maschinen, die hier stehen, alle da hinten rüber machen. Und dann halt mehrfacher Form. Vielleicht. Ihr geht nicht, weil... Okay. Du machst nicht, weil... Gleich hier. Nee. Okay, geht ja auch nicht weiter. Hast du das vielleicht? Willst du es vielleicht haben? Okay, er würde es sogar nehmen. Wir packen das hier rein. Das hier nach... Oh, hier ist auch noch viel drin. Ich schmeiße hier in das Zinnebohr weg. Das heißt, wir müssen Hard-O-Net herstellen. Hard-O-Net. So eine Strong-Box machen. Schauen wir das so leicht hinkriegen. So hier. Let... Da können wir, glaube ich, auch Pulver nehmen, ne? Nehmen wir zwei davon. Und dann brauche ich jetzt Obsidian. Eins, zwei. Das geht ganz gut ab. Zauber. Zauber. Hier können wir das reinpacken. Der pumpt das da rein. Und der pumpt das von da rein. Da macht er uns ziemlich Hard-O-Net. Das müsst ihr gleich machen, wenn er die hat. Ja. Ist hier noch was drin gewesen? Oh, hier ist... Win-Force Iron, okay. Mhm. Okay. Produziert. Okay, was ist das gerade in meinem Tag bleibt? Oder auch nicht? Jebba. Äh, wir brauchen davon vier Stück. Das heißt, wir brauchen insgesamt... Oder wir können das... Naja, da brauchen wir Division Twins mit. Da brauchen wir so'n Kack. Okay. Können wir davon abgehen. Wir brauchen... Davon jetzt natürlich mehrere. Das brauchen vier pro Ding. Oh mein Gott. Eins. Drei. Vier. Fünf. Nix. Sieben. Acht. Haben wir. Das wird das Hard-E-Netz. Da brauchen wir... Äh, acht mal vier. Mal zwei. Also brauchen wir einen Stack. Boah, allein schon. Man braucht heute zu lange hier. Ich mach's auf jeden Fall durch, ne? Dann kommt er da unten grad nicht klar hier. Komm, geben wir nochmal... Zwei Stück. Mal schon mal die ersten Deep-Storage für dich. Dann kann ich die nämlich gleich oben... Wie schon anfangen zu programmieren. Die anderen sind ja für... Für hier ein bisschen für Cobblestone und sowas. Dann brauchen wir jetzt eins... Zwei. Drei. Und vier. Dann machen wir später. Dann brauchen wir noch die komischen Dinger hier. Okay, haben wir nicht. Dann machen wir dieses... Das kriegen wir auch anders. Enderium Base. Okay. Brauchen wir Tiny... Okay, das ist ein... A little bit... Complex... Ah, ne, das ist, glaub ich, sogar einfacher, wenn wir das so machen. Hier, da brauchen wir shiny ingot. Wollen wir silber ingot. Also ein shiny, ein silber und ein sin. Also... Shiny haben wir. Zwei und... Zwanzig Stück. Ich glaub, was anderes haben wir nicht. Äh, zehn. Haben wir. Da brauchen wir das Doppelte. Mach ich jetzt einmal voll, komm. Mal das was ein bisschen halbiert kriegen. Oder vier. Ich glaub, ja. Und, äh... Silver. Da brauche ich auch nur... 22... Stück von... Wenn sie den in Leum mal kurz anhalten... Wollen wir haben den definitiven und zweiten von so ein paar mehr. Können wir auch noch irgendwann hier hinstellen. Der halt... nicht immer einstellbar sein muss. Der läuft sowieso nicht. Wenn ich ihn ausgeschaltet hab. Ja, oder? Ne. Jetzt braucht er ein Hi-Signal. So. Gib du mal das Nid her. Dann brauchen wir dieses komische Pulver, ne? Jetzt seh ich... Sehen wir gerade, dass wir gerade auf eine andere Schiene fahren, was wir noch machen müssen. Aber, ähm... Ich mach einen kurzen Cut hier, weil wir jetzt eine Stunde haben. Und, ähm... Ich mach einen kurzen Cut und mach gleich noch eine Stunde weiter auf jeden Fall. Dass wir den Tower ein bisschen weiter kriegen. Alles klar, dann mach ich einen kurzen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Ich mach einen kurzen Cut. Ich mach einen kurzen Cut. Ich mach einen kurzen Cut. Ich mach einen kurzen Cut.